Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow. Im letzten Part haben wir die Maschine aufgesucht und haben verloren. In quasi letzter Sekunde. Aber dann machen wir es jetzt halt besser. Das eine Problem ist, ich hab grad bisschen Heuschnupfen. Das ist scheiße. Sehr scheiße. Aber ich hoffe, er stört nicht so ganz. Aber mich nervt es beim Spielen. Okay. Komm. Ach Quatsch, den setzen wir jetzt nicht ein. So, wir haben uns erstmal gebufft. Ansprechen. Oh Gott. Wie das von meiner Buffs heute abgeht. So, wir kennen ja was das sagt, wir müssen gegen das Monster beginn, besiegen, kämpfen. Oh, das klingt ja schonmal sehr gut an. Okay. Schön. Dreh mir den Rhythm zu, dann bist du gleich tot. Oh Gott. Stimme. Wie willst du. Wie willst du. Wie willst du. Hier bleiben. Äh. GP absolvieren. Genau. Ah, danke. Er hat das gemacht, was ich gedacht habe. Ist das nicht schön? Ha. Ha. Ich schlach nicht ein. Ich bin nicht vergiftet. Mein Gott, wie ich das liebe. Kannst du mal aufhören, mich angreifen zu wollen. Das ist scheiße. So, und gehen aber muss drauf, weil der Effekt doch, denke ich, bald weggeht. Oh, toll. Jetzt bin ich aber trotzdem. Viel Dings. Trotzdem sollte mal einer weggehen, sonst werden nämlich immer alle getroffen. Ist das nicht so schlimm. Oh, oh. Jetzt hat er keine Arme mehr. So, phone. Oh, verdammt. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Oh Gott. Oh. Scheiße. Ach so, zu haben. Och, komm schon. Oh, ich hasse es, wenn er mich zum Schlaf bringt. Ey, aber seine eine HP läuft, ist schon weg. Vielen Dank für die Heilung. Dafür kriegt er jetzt kritische Treffer aufs Maul. Oder auch nicht. Oh Gott. Falsche Richtung. So, GP absolvieren. Oh, das war so klar. Schon wieder. Will ich GP absolvieren und drücken, dann kriege ich schon wieder was auf die Fresse, ey. Oh, okay, Punkt. Was ist das? Oh Gott, wie unglaubliches Geist. Na ja, jetzt kann ich raufrauen und getroffen werden. So können meine Partner auch rauf füren. Warum werden meine Stratos-Effekte überhaupt nicht, dass ich das nicht doll finde. Aber es ist geil. Du, wo bist du? Ah, da bist du. Nein, ich bin geliebt und wurde verkipftet. Verdammt. Oh, verdammt, ich sollte weggehen. Oh, oh. Oh, oh. Das wird wohl wieder. Oh Gott. Wieder so knapp wie letztes Mal. Nur, wo ich da hingegangen bin. Wie soll ich dich abgeworfen? Verdammt. Oh mein Gott. Ist aber wieder schön. Okay. Halt noch mal den langen Weg laufen. Bis dahin. Baffen. Und noch mal versuchen. Kann ja nicht so schwer sein. Soll der und verrückt schon zweimal. Aber nö, nö, nö. Alle guten Dinger sind drei. Weiß ja bekanntlich jeder. Und da war da, dass jeder weiß. Sie. Sie. GP-Generator für jeden. Banane für jeden. Noch eine Banane für jeden. Und das war's. Eigentlich hab ich gedrückt gehalten. Aber egal. Wir überspringen. Ja, natürlich. Was, das Schwert am Anfang immer rauf. Ich hasse das. Muss das immer sein? Also ehrlich. Ich hasse das. Ach, bleib stehen. Das war ein schlechter Anfang. Vielleicht ist der Buff alles weg wieder. Das ist so. Scheiße, ja. Kritischer Buff ist schon weg, ey. Ich bin sowieso hinter dir. Ich seh nicht sehr viel, aber... Ey, ich bin hinter dir. Schön schon. Nein, nein. Okay, der Letzte muss er natürlich nicht treffen. Oh, 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 oh. Genere, bitte nicht umkippen. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war knapp mit der Heilung. Das war sehr knapp mit der Heilung. Ich hab schon... Wir haben schon wieder keinen GP absolviert. GP absolviert. Ich hätte geflucht, wenn der mich gerade in diesem Moment wieder umgedingst hätte. Naja. Das wäre geil, wenn auf einmal so kommt... Ja, du hast den Endstunt gekillt und so. Da hast du jetzt gut gehabt. Aber das wäre geil. Komm, bleib hier. Bleib hier. Oh, Gott. Kannst nicht mehr stehen bleiben. Nein, Salia. Nein. Oh, verdammt. Das kann so stehen. Oh, Gott. Warum nur ich? Ich... Ich sterb gleich. Aber sowas von. Ich sterb, sowas von. Ja. Ich sollte mich nie in seiner Nähe aufhalten. Aber sowas von. Bitte schon halt durch, bis Salia aufsteht. Heils einfach immer zu dieser Zeit. Ja, und jetzt, Salia überlebt so lange, bis ich aufstehe. Bitte. Ja. Jetzt hätte es nicht die Heilung noch machen können. Ja, egal. Innerer. Ach, zum Glück trifft das alles nicht. Nein, nein, nein. Ja, okay. Nervt mich. Oh, Gott. Oh, Gott. Überlebt. Überlebt, verdammt. Ihr beide. Überlebt. Das wird nichts. Oh, jetzt hat er auch wieder alle... Dinger. Das wird sowas wie nichts. Okay. Warum rennt er nur hin und her? Naja, ich will mich nicht beklagen. Okay. Ich will mich echt nicht beklagen. Ja, komm. Genau. Komm, bitte. Hä? Ich habe Schild eingesetzt. Verdammt. Naja. Er ist gleich tot. ich habe nicht genug mp bekannt der schwert geht auch ja es ist alle guten dinge sind drei ich hab's gewusst und tausend und ich hätte gedacht da steht uns nicht aufnehmen verdammt aber nun so war's nicht das finde ich schön sehr schön sehr schön dies glänzen ist zweifellos sehen nicht dann zuerst jedoch beantworte meine fragen schattenkämpfer du stammst nicht aus dieser ära warum also kämpfst du so verzweifelt dafür verleute spielt keine rolle in welcher ära man geboren wurde alle die menschen in dieser ära sie haben mich trotz allem akzeptiert und jetzt bin ich an der reihe ich verstehe vielleicht bist du in der lage dem teufel teufelskreis aus fehlern ein ende zu machen nehmen den schatz welchen ich bewache und ich wir tun kann ich nicht öffnen nein nein weil es heißt kurz nicht aufnehmen und doch das scheiße nein so herz weil ultra sahen noch geiler das sieht ja was ich brauche stolzes könig morgen kristall das gut und kraft herz das ist alles schön nur ich frage mich wo wir als nächstes müssen so einmal morgen kristall meine jp um 15 erhöhen magische abwehr nachkommen hier physische angriffskraft so dann schatten mp auch bei mir das brauchen wir nicht und sonst gibt es keine buffeter müssen ja wo könnten wir dieses andere was wir brauchen finden was ich hätte da noch eine idee einen platz aber ich weiß nicht ob das dann zu 100 prozent genau der ist das wäre nämlich scheiße aber was ist man muss da ja sowieso nachgucken weil ich das gefühl habe dass das wieso noch türen sind die ich übersehen habe so speichern wir erst mal dann nein 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 teleportieren zum labor denn wir füttern jetzt das war gut ich hoffe erreicht bald 100 prozent weil wenn das tut dann passiert irgendwas ich frage mich was ich kann mir gut vorstellen dass wir gegen kämpfen müssen obwohl wir ihn erwachsen gepflegt aber trotzdem das böse hat man ja gehört aber ob er uns dann wirklich angreift keine ahnung und meine nase ist gerade voll zu das ist mies wir können wir uns gleich wieder zurück teleportieren aber erst mal wird gefüttert wie viel sagen habe ich 50 prozent wachstum okay einmal dunkler sahen einmal ultrasam was so wenig ich dachte ich hatte machen war es nur trotzdem gibt es mit einem dunkler sahen nur zwölf prozent wird zwölf forscher das ist viel zu wenig viel zu wenig viel 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 zu tun aber diese kamereinstellung immer wieder wieder hier raus weil wir dann hier rein ja und ihr könnt doch schon denken wo ich eigentlich erzählen und wenn ich dann seht ihr sowieso gleich ich meine ich will da geradeaus einfach nur da ist ja irgendwo noch was wo wir rein konnten und da gehen wir jetzt auch wieder rein hier war allerdings das erdbeben quatsch hier geht es woanders hin oder tiefer in den würfel oder ja ist immer noch der würfel ich glaube nicht dass hier irgendwo am ende noch irgendwo eine barriere war also wenn ihr es wisst dann sagt mir bescheid aber ich suche ja nicht noch mal weiß zu oft viel zu oft kann man mit dir reden nö hochinteressant wo ist denn das andere item was wir jetzt brauchen also abend ich habe keinen plan mehr ich könnte ja nächst ein paar trotzdem hier mal durchsuchen ich habe aber voll keinen bock auf dieses scheiß gut hier war ja auch noch eine maschine vielleicht können wir ja mit der jetzt wieder reden oder irgendwas machen weil wir jetzt irgendwas bekommen haben also vielleicht ist nur standen wir der maschine denn unterklärung ein war das das wo ich reingegangen bin oder wo sind die unterklärung ja da war ich doch drinnen oder oh mein gott ich hätte das vereinfachen darf wo ich eben dran war irgendwas mit tiefen das weiß ich unterklärung ist das nicht irgendwie noch hier denn wenn ich dann war dass das von eben und wenn das das war weiß ich nicht über das teil sein und hier ist natürlich ein boss mit viel zu viel stern himmlisches irgendwas mit kindes irgendwas himmlisch viel zu verworren so können diese tür das ist eine schlüssel vor das hier sind die unter die hier soll eine maschine sein weil ich habe ich nie mitbekommen hier war eine maschine echt ist mir neu aber mir soll es recht sein herr stück dazu müsste keine schattenkraft verwenden leute einmal rauf fahren reicht hier ich zeig's euch ja zwölf erfahrung es bringt es nichts ich glaube salia würde sowieso kein level abbekommen dadurch die teams lasse ich jetzt auch weg ich muss kombinieren ob sowas fahren ja ihr müsst äh gift schlafkugel und shira unbedingt verwenden also oh mein gott ich weiß nicht ich geh zuerst hier lang wo soll hier bitte eine maschine sein frage ich mich ehrlich äh ist hier vielleicht die maschine ja nur eine kiste die ich jetzt mal anspreche weil ich bin hier hin schon äh ich bin hier schon hingegangen also ja du stirbst es auch ja da ist auch nur eine kiste ja da ist auch nur eine kiste wo soll hier zur Hölle noch mal eine maschine sein es wäre mir vollends neu dass hier eine maschine ist wow du sitzt heil nein LW noch obwohl nichts ist so wirklich du bist mir im weg wow du lebst aber noch ja das ist nicht aufnehmbar ok hier ist nur ein speicherpunkt wo soll hier verdammt noch mal ne ach maschine sein oder die maschine oder das spiel hat einen fehler für es von wegen nicht hier irgendwie unterquerung sondern da wo wir vorhin waren es sei denn das sind auch unterquerungen das kann ich jetzt nicht sagen dazu müsste ich den part von vorhin noch mal angucken oder dieses video aber sonst habe ich echt keinen Plan wohin äh ja ansonsten da wo ich gesagt habe wo ich nicht gucken will äh ansonsten gibt es ja Neo Gebrai nichts wohin äh äh was ich wüsste wohin man gehen muss wo Grie das verdammte Andrite mehr ehrlich wenn da steht im nächsten Part dass da die äh in diesem Part guck ich mir ja nochmal an dass die anderen Dinger da auch Unterquerung heißen da wo wir waren oder Boss war dann suche ich auf jeden Fall noch diese dummen äh diesen dummen Dungeon nochmal mit den dummen Löcken ab ansonsten nicht aber ich glaube es würde nicht so viel Schaden wenn ich das tun würde ich meine vielleicht war da ja wirklich noch eine Barriere an die ich mich nicht erinnere schön wär's schön wär's ey das war jetzt gutes Teleportieren aber ey Moment ich bin jetzt schon draußen irgendwo da war doch ich verarsche aber doch äh wo hab ich jetzt die Abbiegung verpasst äh oh Gott wollen die mich verarschen äh den ganzen Gang hier rückwärts laufen sieht ehrlich anders aus so so wo war jetzt hä ich hab mich so doof und hab die sich vollends verpasst äh 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 hallo ja ich bin so doof und hab's verpasst oh Gott ah toll hier ich bin hier ehrlich durchgegangen ich kann mich grad schon gar nicht mehr dran erinnern pfff also ehrlich das ist doch nicht möglich hier ist auch keine Maschine drin lass mich raten ja ich höre Wasser und das nicht so knapp naja komm Maschine Maschine oh Maschine hier ist doch eine Maschine hab ich recht hier ist doch eine hier muss doch irgendwo eine sein ach Gott okay dann ist hier eben keine Maschine und ich sag bis zum nächsten Mal Leute ja eh weiter mitsuchen